Das muss man verstanden haben, wenn jemand natürlich jetzt mir zuhört, einfach nur zuhört, wie ein Karatefilm, dann hat er zwar verstanden, dass ich viel verstehe und viel Wissen habe, aber derjenige, der das ihr anschaut, der hat nicht das Wissen, deswegen erzähle ich das ja auch, damit ihr versteht, dass dieses Wissen, wo mein Wissen herkommt, über 30, 35 Jahre beständig ist und sich deswegen angehäuft hat. Und ich kann euch das nur sagen, weil ich muss ja ein Professor sein, um diese Lehre, die ich habe, an euch weiterzugeben. Nicht mit EE, sondern mit Lehre mit E-L-E-H-R. Ja, manche von Sonder, Sonnen, Staat, Land, Fluss, die verstehen das ja ein bisschen falsch. Ich sehe das ja an den Kommentaren, da wird nicht gesagt, was falsch ist, was ich sage, sondern da wird ja immer gesagt, ja, der ist blöd, der ist Professor einer bekloppten Universität. Ja, nein, nein, wir sind hier eine Akademie für Menschenrecht. Wir machen nichts anderes.